Dieses komische frittierte Olivenrezept ist in Spanien extrem viral gegangen und ich muss jetzt aber wissen, ob das geil ist. Olivia's Manchego-Verstopfung? Oh, rein mit dir. Ich muss sagen, es fühlt sich schon irgendwie falsch an. Nächster Halt, Manchego Penetration Station. Irgendwas sagt mir, dass ich morgen der Kloschlüssel direkt Sommersprossen verpasse. Ob der Käse daran am Ende richtig schmilzt? I doubt it. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Und natürlich etwas Fackpulver. Huevos rotos? Das ist unnötig, ne? Olivia Reiner damit. Ungefähr so. Ja, schauen wir mal. Das ist übrigens Olivenöl und ja, es fühlt sich irgendwie falsch an, Oliven in Olivenöl auszubacken. Das Schöne ist es nicht. Not gonna lief. Aber schauen wir mal, wie es schmeckt. Christen 45? Bist du's? Bruder, Olivia Wilde. Rheinland Salz. Ich bin gespannt wie ein Flitzehoden. No fucking way. Holy shit. Man muss einmal kurz da kommen jetzt, ja? Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen ist... Ah, warte, ne. Erstmal jetzt hier. Das ist Aioli nochmal. Boah. Oh!